Wir sind heute keine Jäger, nein, wir sind heute Sammler. Live Radio ist hier mit dem neuen Morgen, jeden Morgen neu mit Wolfgang und Steffi. Und wir sammeln heute alle Menschen zusammen, die arbeiten, so wie wir, am Zwickeltag. So ist es, wir haben sogar einen eigenen Club gegründet, und zwar den Live Radio Zwickel Hackel Club. Da könnt ihr auch auf Facebook beitreten, der Alex Wurm hat gepostet, ich arbeite von 7 bis 12 heute. Die Jasmin schreibt, ich darf heute arbeiten, aber macht nichts, ist eh schon Freitag. Und der Benjamin fragt, zählt ein Schnuppertag für die eventuell baldige Arbeit auch? So eine Premium-Mitgliedschaft in eurem Club hätte schon was. Ja, Benjamin, natürlich zählt es, keine Frage. 0732 78 30 00. Ja, guten Morgen, ich spreche die Helga. Ja, hi, musst du heute auch arbeiten. Genau, und dann möchte ich Hohenraten, weil ich mir denke, ich freue mich, dass ich arbeite mit dir.